und ja es geht langsam mit dem ende zu bei netzies bandstruck racing training beziehungsweise am letzten tag und dann ist vorbei so wir gehen raus auf die straße okay in Ab und zu blockiert man das Vorderrad. Das ist nicht schön. Mal gucken, ob der blaue am Sonntag auch noch so dominant ist. Ja, schwarz-weiße Flagge. Hey, wir haben noch gar nicht abgekürzt. Und außerdem ist das eine Aufwärmrunde, liebe Freunde. Ich weiß jetzt auch nicht, wofür man die Flagge gekriegt hat. So, wollen wir mal mehr Gas geben. Ich habe mehr Gas. Au. Der Gas war leider zu viel. Ich bin mal ein bisschen ins Rutschen gekommen. Zu viel gewagt. Naja, statt mal ein bisschen weiter von hinten ist auch nichts. Was ist denn jetzt los? Ritter blockiert. Ah, ein bisschen Schaden genommen. Der Gas. Der Gas ist nicht so nah, es ist die Ruhmrunde. Der Gas ist nicht so nah, es ist nicht so nah. das war jetzt knapp wir kriegen schon wieder die kurve nicht und wir fahren uns ein Mist zurecht und wir fahren uns ein bisschen um Untertitelung. BR 2018 So, mal gucken wir mal an Land, denn. Oh, Zweiter. Mach die Flacke auf. So, Training ist... Und, ey, wir sind... Weiter... Natürlich ist mal wieder der Blaue. Erster. Also der ist wirklich stark auf der Strecke. Anscheinend Heimfahrt der Eil. So, wollen wir mal gucken. Hey, 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 hey. Die wollen es aber... Die wollen es aber alle noch mal wissen hier. Ja, schön und gut ist was anderes. Was? Wiebe 거죠? Wiebe quotidien? Ich bin girlfriends. Oh, okay. Michael, Alter meta. Oh, okay. Oh, okay. Danke für die offene Tür. Also das ist nicht normal. Wieder wegrutscht. Schwacher Abgang in der Saison. Naja. Hier sind alle nur Menschen, die machen Fehler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, da will ich zu viel. Da will ich zu viel. Irgendwie wollte ich noch meine Bremse nicht greifen. Entschuldigung. Ich habe mich blockieren, als die Reihe von 300 Leber. Ein verkorkst du es wollen in Naja. Ich arbeite mir auch. Hah! Naja, ist nicht so gelaufen, wie wir wollten. Das auch nicht, wir sind alles nur Menschen, wir machen alle Fehler. So und dann nur noch ein Rennen und dann sind wir fertig, bis dennoch.